Unkraut, Stängel? Welche Pflanzen sind denn das? Unkraut sind so Löwenzahn mäßig. Ach ja. Ist ja hingelegen. Ist doch süß. Also, mal schnell gucken. Unkraut Level 2. Gibt's doch Level 1 Unkraut? Nope. Ich brauch den verbesserten Hammer. Yep. Sonst können wir keine Felder... Ah, okay. Ja, gut. Wo konnte man denn schon wieder das erste Messer herstellen? In deinem Penis. Tiefgründig. Wirklich, also... Also, wirklich, also... Ne, doch! Fühle ich. Oh Gott, ich bin voller... von der Saft gespritzt. Lila Saft. Liederlich. So ist er. Ja... So ist er, der Sascha. Hallo, Forschungsstation. Bist du das Heckenlaborn? Oh Gott, große Spinnen, große Spinnen. Das Heckenlabor ist... Das Heckenlabor ist, ähm... Also, ich bin in einem Labor in der Hecke, aber ich glaube, das ist nicht das Heckenlabor. Könnte es hacken? Was ist das Heckenlabor? Was ist das Heckenlabor? Was ist das Heckenlabor? Was ist das Heckenlabor? Das habe ich auch schon gefunden. Aber... Nein! Kaiju Kinder. Möste Kinder peitschen oder was? Nee, Kaiju. So wie die großen... Monster, die aus irgendwelchen... Ritzen rauskommen. Die Ritze. Das reicht mir nicht von der... Wer der Worte ist. Veratmungsdinge. Sonst wird das knapp. So wie es das kann, aber... hat scheinbar irgendeine Frisbee... die... ... unter ihr schlissen. Arme. Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Paprikapucho. Ein bisschen Angst hier runterzufallen. Ich bin ein bisschen weit oben. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich komme da auch her. Du musst wahrscheinlich dem Gartenschlauch folgen, oder? Zum Labor. Ich weiß leider nicht genau, wo du bist, aber... Wir sind in der Hecke... ... und ein paar Äste nach oben geklettert. Du musst halt einfach, glaube ich, relativ weit nach oben. Und gerade aus und weiß nicht was. Aber nach unten musst du, glaube ich, meistens nicht... Da sollte man nicht... Ich glaube, wir müssen eine Spinne töten, damit wir das... ... oder? Kann sein... ... weil... ... weiß ich nicht mehr. Ein bisschen Fliegenpilz wäre cool. Also... Fliegenpelz... ... wegen Fall und Boden. Ich glaube, wir haben uns gesehen. Mhm. Wenn sie schon sagt, die kleinen Spinnlinge sehen so zerbrechlich aus, dann ficken die mich bestimmt. Das ist wirklich ein Stinkefisch. Das ist wirklich ein Stinkefisch. Das ist ein Stinkefisch. Stinkekefer. Oh nein! Nicht V drücken, Mann! Das war das U oder so. ok also vier schläge mit der keule gehen für die kleinen spielen ganz ganz können hier ja nicht weil ich die nicht die kleinen großen ja ja die ganz klein ich bin auf normal war doch mal für eine bank nee gar nicht dann kriegst du noch kaffee wie du wieder alles siehst dich bewegst in dem auto einfach haben die ist einfach haben weiter so dass du übertrieben bist warum bist du nicht geblieben also wenn schwer kannst du nicht und er mit dem hammer kannst nicht unter wasser gerade entdeckt ja keine ahnung ich dachte es kommt hier so ist entdeckt ja die findest aber da achte ich zumindest ich bin dritt ich bin im labor warte 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 ich komme ich bin auf dem weg ich habe den punkt immer noch nicht beim zelt gesetzt junge ich schwöre ich habe ein absolutes mögen hier bist du hoch gekommen irgendwo von rechts glaube ich ja ganz relativ weit rechts und dann dem gartenschlauch folgen da ist so ein gartenschlauch durch die erste gewickelt wund verband der ok doch erhalten bisschen mehr ich dachte nur dieser eine strich wäre das was gewesen wäre richtig geil gewesen einfach so diesen 1 mm strich so hier bitteschön genießen sie jetzt nun ihr leben ok bin beim gartenschlauch ich bin schon ich bin schon sogar beim labor also bei der wissensstation hat gar keine energie warte warte mal kurz ich gleich gleich wieder da er geschossene basen sehr gut ich kann hier weiter laufen aber ich kann halt nicht explizit hier oben ist das saftpäckchen genau daneben dann lang geht es über so ein paar pilze zu hüpfen pilze ja und dann müsstest du schon so lila dieser rutsche leuchten sehen und lass rechtzeitig los sonst landest du im spinnenitz loslassen ganz am ende musste kurz vorher loslassen ich habe die taste nicht gesehen wo überhaupt ja dann ich habe ein klüger das ist toll ja ich weiß so geht das nicht auf das lehrt das schon gelutet ja das ist ein großer hebel neben dir nicht nachdenken es wäre geil gewesen wenn irgendwo noch gestanden wäre so nur für mich der typ der das gebaut hat dann das gebaut als er klein war oder groß also er hat ja in dem einen ding stand ja dass es immer okay jetzt kann man die dinge nutzen dass er die sachen also erst seine ganze geräte klein geschrumpft hat bevor er an menschen probiert hat hier muss es noch weiter gehen hier lagen aus neustart das war so ein bisschen text auch gefunden gehabt vorhin ach so geht dann die hefter liegen scheinbar dann für jeden da und das scheinbar ja aber hier muss es noch weiter gehen ist das bällchen ja ja da hinten blitzt es noch jeder hat migräne aber lachen kann sie sie ist so eingepackt in so in so kissen damit damit sie so wenig wie möglich hört wegen kopfschmerzen und so sie hat gerade gehört mich die den fallen volle kanone gegen den schrank geknallt ab und dann hat sie es richtig verkichert ich weiß nicht ob ihr das hört als man die ganze zeit wurde an der decke so richtig so du idiot du opfer also hier drüben ist noch eine seilrutsche und da hinten hat es geleuchtet leuchten ist gut ja hier geht es noch weiter also hier gibt es noch sehr viel das weiß ich noch da mit dem sperr mache ich keinen schaden okay also merke die säcke da kommt ein kleines spinnen raus ich glaub nicht immer aber oft die da drüben ist sie schon mit irgendwas verbunden bestimmt wenn irgendwas wir müssen wieder zurück das hier gerade so ein bisschen labyrinth aber ich glaube wir müssen uns hier durch die ganzen wecke kämpfen ich heile mich noch mal kurz du hast mich gerade säcke genannt ja brauchst du auch noch was zum heilen ich habe noch ein bisschen sechs stück habe ich noch dabei ich glaube wir müssen einfach hier links rüber ja genau geht es hier vorne da kommen noch mal säcke ich weiß halt nicht ob die aufgehen wenn wir ja guck hier hat es noch was sonst noch was hier ich glaube hier ist nachher auch die hast du schon ein puste eins ist nämlich gleich kaputt das ging dann automatisch schiff glaube ich das ist eigentlich hier gar nicht mehr weiter hoch würde obwohl hier rechts hier unten drunter hier unten drunter dass man dahin gleiten muss aber hier unten drunter hat es irgendwo ein weg habe ich gerade gesehen also so ein sohn jesus hier nicht die säcke angreifen über die seilrutsche left control ist loslassen ja auch eine tolle taste alter das ist die frisbee die das labor zerstört hat so geil wenn du damit die spinel zerquatscht hinter dir dieses geile plastik geräusch wir auf den dings drauf hast auf dem frisbee das ist also aber hier geht es irgendwie auch nicht weiter hier hinten müssen sehr rutsche das gefühl wir sind schon viel zu deep oder und netz noch science punkte ja hier ist überall noch sein ringsrum was für die frage ist hier nämlich das sehr free ja und im endeffekt umso mehr wir jetzt mitnehmen umso weniger müssen wir später wiederholen gehen also aber vielleicht will ja frank noch mal ach so ja vielleicht will ja frank noch mal oh gott oh gott sind das viele oh gott aus dem weg ja kein ausdauer okay die eine hängt da hinten fest das schon mal erst mal verbinden kann tatsächlich doch relativ gutkeiten aber ich brauche auf jeden fall jetzt mal ein kurz einmal kurz ich habe hier säfte bist du auch ein saft ja ich habe kein großer mehr voller vitamin und nährstoff das verbessert auch gleich die maximale ausdauer erfrischen und es senkt die geschwindigkeit mit der hunger und durst zunehmen ja gut hier ja ist den da da richtig springen ich bin bei hälfte ich bin bei hälfte ja ich auch oder naja zwei fünftel ich glaube hier geht es nicht weit dann wahrscheinlich da rechts hoch links hätte ich jetzt zwar gesagt aber ja so kommt immer bis darauf an woher man guckt ja 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 weil wir zurück geguckt hatten und es wird aber knappe hier vor aber da geht es auf jeden fall weiter hier unten hat es punkte da ziehe ich ein ziemlich großes gerät wo hast du ein großes gerät ja das mit den punkten aber da oben über uns ist noch der labor komplex oder ist das der bei dem wir schon waren ne 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 das hier hinten ist alles neu garantiert da drinnen läuft nämlich auch ein roboter rum und so das ding ist ich weiß noch nicht wie wir rüber da ist ja so rum zu blicken über das blatt glaube ich ich schlau zu bieten welches blatt ja ach so geil ja das wäre zu weit gewesen denke man daran du hast ja noch die sicher aber da müsste ich trotzdem wieder hier hochlaufen ja das kostet ein bisschen an wiener auf mich auszuladen ich glaube das ist eine wo man loslassen muss davor ich weiß hallo max hallo max das ist das ist wirst du loslassen du nö oh ja ist ne taste muss gedrückt werden ja wo ist es Ich finde das... ...websample von Unwanted Guests, mit ein paar cleveren Alterations, natürlich. Würfe werden immer schlechter. Oh Gott, muss man das ja auch noch bedienen. Was denn? Türsysteme überhaupt bekommen. Ich hab's gemacht, alles offen. Achso, warte mal. Okay, jetzt ist hier hinten offen. Vor allem warst du auf der anderen Seite, oder? Nee, war beides zu und rot. Achso, okay. Ich hab kein Passwort, also müssen wir jetzt wahrscheinlich erst hier... Hier, guck mal! Hier, hier! Guck mal, die Scheibe! Was für ein Zufall aber auch, ne? Nee. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, das geht nicht weg. Ist weg. Oh, das bist du der größere Budi! Oh, das ist auch noch ein kleines Vieh! Clyde! Okay! Den Zug. Guck! Du musst mich mal kurz ein bisschen verbinden. die klein mann 1 ist weg erstmal hier rausgehen und einfach die tür zulassen dass wieder reingehen und die tür dann zugehen lassen okay die kleine ist reingekommen die große auch die kleine ist tot nicht auf mich also die kann auch türen aufmachen das blöd jetzt kann die aber kann jedoch relativ gut blocken ich muss mal gucken ob ich noch ein paar verbände erstellen kann ich kann eben nicht mehr so viel ja gut ich habe auch nur noch 1 oder so wenn ihr kaffee steht wir können hier analysieren insekten axt sehr schön ausgestopfte fliege hier kann man eine waffe herstellen ich habe die ressourcen dafür gar nicht hast du die ressourcen gefunden von irgendwas 58 ich habe gar nicht drauf geachtet müsstest du das teil anklicken oder so das hier hätte muss es anklicken mit die hier drüben gibt es schlick schleim eigentlich bin ich auch gar nicht das ist noch einer was denn frosty gut das sind zwei also was ich anbieten kann ist müsli riegel ich brauche wasser gleich sterben und da bist du alleine hatte letzte mal jetzt mega milch zahn bist du schon am verdursten oh mein gott mit mir der rutsche kratzer seiten gewechselt also vor allem wie bist du hier durchgekommen ich bin hier rüber gelaufen ja ja aber ich habe immer noch roboter hier deswegen ich komme hier nicht mehr hoch mit der rutsche ich muss mich jetzt wieder rein da muss ich mich bestimmte ziele ich habe auf alle fälle noch zwei zahlen gefunden für das passwort perfekt hast du aufgenommen nehme ich an ich habe beide auch kein wasser gefunden sondern nur getränkt also ein trank der wasser einfach langsamer runter macht also wir verdursten gemeinsam da unten bist du okay hier ne 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 da sind wir hergekommen hier hinter dir admin zeig mal kurz kann ich irgendwas herstellen was trinken geben würde was ich brauch hast du noch ton einstecken ich habe hier fliegen klatsches gut genährt speise sturzresistenz aber leider nichts zu trinken ist besser als hallo 10 müssen uns einfach beeilen oh hier ist ein lager eicheln saft jetzt saft den man nicht trinken kann